So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Ich war gerade am Schneiden der Meile, die letzte Meile in Hildburghausen. Dann kam Pupsi plötzlich rein, hatte keine Hose an und hat gesagt, sag mal, hast du das gesehen? Was ist denn das? Ein Ticket von so einem Go-Fest? Ich sagte, ja, da haben sie heute auch irgendwas gefunden. Bin jetzt hier mal auf die Pokémon-Go-Live.com-Seite und hier ist ja oben an einem Reiter links, wo Go-Fest steht. Ich werde euch das mal verlinken, die Seite unten in der Beschreibung. Aber wenn ihr hier auf Go-Fest drückt, kommt ihr hier zur Go-Fest-Seite, zur offiziellen. Und schaut euch das mal an. Osaka, 4. bis 6. August. Okay. London, 4. bis 6. August. Und in dem Moment weiß ich schon, ich bin raus, weil... New York, 18. bis 20. August. Und weltweit 26. und 27. August. Es stimmt also, es gab ja eine Leak, dass wohl dieses Jahr das Go-Fest auf europäischem Boden nicht in Deutschland stattfindet, sondern eben in London. Und ich habe schon von so vielen Leuten aus der Community gehört, die gesagt haben, was, London? Ne, dann gibt es bei mir dieses Jahr keins. Erst hieß es so, vielleicht ist wieder Dortmund dran, vielleicht machen sie wieder Berlin, Karlsruhe ist neuer Hotspot, vielleicht geht es mal dahin, vielleicht es gibt so viele coole deutsche Städte hin und her. Aber sie haben sich jetzt dazu entschieden, es zwar in Europa trotzdem einen Ableger zu machen, aber in London. Ich war einmal in meinem Leben in London, ich fand das so hässlich, so schlimm. Die dreckigste Stadt auf der ganzen Welt, die ich bisher gesehen habe. Und bei uns ist ja sowieso dann mit dem Kind und dann wäre es, selbst wenn es in Berlin, Dortmund irgendwo wäre, wäre es schon ein bisschen problematisch, aber wir hätten geguckt, ob wir das irgendwie hinkriegen oder solange jemand sich da kümmern kann, aber eigentlich auch nicht, weil es braucht ja die Brust. Da muss ja Pupsi so rumrennen, so ein Kind an der Brust und mit mir an der anderen. Aber nach London? Nein, bitte nicht. Ich mag die Stadt nicht, das ist mir dann zu weit, das ist mir dann zu viel, das ist mir dann zu teuer. Da bin ich raus und bin vielleicht sogar froh drum, weil es ja sowieso nicht in den Kram gepasst hat und sowieso viele von euch auch nicht nach London wollen. Verpasse ich ja dort nichts, beziehungsweise ich verpasse euch nicht, weil ich mich so darauf gefreut habe, dieses Jahr wieder die Leute zu treffen, alle aus der Community, aber London, glaube ich, stehe ich gefühlt dann alleine da und werde gar nicht so viele Leute aus der Community sehen. So, was steht jetzt aber sonst hier? Der August 23 steht ganz im Zeichen des Pokémon Go Festes. Das größte Go Fest des Jahres, äh, das größte Pokémon Go Event des Jahres ist zurück und dieses Mal wird es in jeder Stadt zwei Spielbereiche geben. Schließt euch beim Pokémon Go Fest 23 Millionen von Fans aus aller Welt an. Euch erwarten doppelt so viele Abenteuer, doppelt so viel exklusives Gameplay und sogar einige mysteriöse Überraschungen. Ihr könnt jetzt schon im In-Game-Shop Tickets kaufen für das Globale, vielleicht sogar über den Event-Reiter für eins der drei Vor-Ort-Events oder vielleicht sogar für alle drei, gibt's ja so Experten. Live-Events zum Go Fest 23, was steht jetzt hier nochmal dabei? London, England, 4., 5. und 6. August. In der Hauptstadt von England wurden zuletzt die Pokémon-Weltmeisterschaften 22 veranstaltet und nun findet dort der Auftakt des Pokémon Go Fest 23 statt. Fangt an, eure Reise nach London zu planen. In der europäischen Gastgeberstadt für das Pokémon Go Fest gibt es so vieles zu entdecken. Letztens so eine Kabel-1-Reportage gesehen, da wurden sogar extra Hotels in London getestet, wo die geschaut haben, eine Übernachtung London 500 Euro oder so. Also, wenn du dann zwei Sterne abstiegen außerhalb in irgendwelchen Spelunken, da hattest du vielleicht 100 Euro die Nacht, aber da waren die Duschen verschimmelt, die Zimmer verschimmelt, da war das Zimmer so groß wie die Abstellkammer von Boris Becker, wo der immer, also, das war so schlimm, der wollte immer gleich raus und sein Geld zurück, dann gab's da noch Stress, noch Ärger, also, ja, schreckt mich auf jeden Fall komplett alles ab. Dann hier, 4.5.6. August, Osaka, Japan, das heißt, im gleichen Zeitraum wie London, England ist auch Osaka, Japan. Die Gastgeberstadt für das Go Fest 23 in Asien wird Osaka in Japan sein. Damit findet zum ersten Mal ein Go Fest in Osaka statt. Wir können es kaum erwarten, das nächste Go Fest-Abenteuer in Japan zu erleben. Sieht auf jeden Fall wunderschön aus, wenn ich mir das hier angucke. Und das hier, nee, da sehe ich nur Wasser und Alt und Dreck und... Hier ist auch Wasser, aber hier sieht das Wasser einfach viel schöner aus, versteht ihr, was ich meine? New York City, USA, 18.19.20. August, das zweite Go Fest-Wochenende findet in New York City statt, schließt euch tausenden Trainern aus aller Welt an und seht selbst, was der Big Apple alles zu bieten hat. Superpark, Minigolf-Anlage, alles am Start hier bei Trade Center, auch wieder da. Und global, letztes Jahr global sind wir nach Gera und haben Thomas besucht und haben mit ihm dort gezockt. Dieses Mal global, würde ich vielleicht, gibt es wahrscheinlich nichts. Das ist, ach, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, müssen wir mal gucken, aber... Auf jeden Fall vor Ort Event direkt fällt dieses Mal für mich flach. Guckt Pokémon Go Fest 23 global. Zum Abschluss findet ein zweitägiges, virtuelles Event für Trainer auf der ganzen Welt statt. Bei diesem besonderen Event werden Millionen von Trainern teilnehmen, seid auch ihr dabei. Tickets für das weltweite Event sind ab jetzt verfügbar, diese könnt ihr bis zum letzten Eventtag erwerben. Und anders als bei den Live-Events müsst ihr euch keine Sorgen machen, da sie ausverkauft sein könnten. Weitere Informationen zu allen vier Events folgen. Weltweit, 26. und 27. August. Der krönende Abschluss des Pokémon Go Festes in Form eines weltweiten Events. So, mehr erfahren. Wenn du da drauf drückst, siehst du da schon was. Drücken wir mal hier drauf. Sehen. Nichts. Nichts. Preise. Uhrzeiten. Uhrzeiten. 10 bis 18 Uhr. Also immer 8 Stunden. 14,99 US-Dollar. Frühbucher werden belohnt. Ticketkauf. Mehr erfahren. Noch mehr erfahren. Noch ganz viel mehr erfahren. Wenn ihr euch bis zum 1. August ein Ticket für das Go Fest global kauft und zwischen 15. Juli und 1. August spielt, erhaltet ihr eine andere befristete Forschung. Diejenigen, die das Ticket schon vor dem 5. Juli gekauft haben, erhalten diese ebenfalls, also insgesamt zwei befristete Forschung. Also ich würde mir das fürs Globale auf jeden Fall jetzt direkt kaufen. Würde ich euch auch empfehlen, weil das Globale könnt ihr ja spielen da, wo ihr seid. Wohnt ihr in Hildburghausen, könnt ihr in Hildburghausen spielen. Wohnt ihr in Meiningen, könnt ihr in Meiningen spielen. Wohnt ihr in Neuss, könnt ihr in Neuss spielen. Wenn ihr in München wohnt, könnt ihr in München spielen. Wer in Dortmund wohnt, kann in Dortmund spielen. Ihr könnt aber auch irgendwo hingehen und woanders spielen. Der Münchner kann auch nach Meiningen fahren und kann dort spielen. Die Neusser können nach Meiningen fahren und dort spielen. Die Meininger fahren im gleichen Zeitraum, aber weg nach Berlin und spielen dort, dass sie nicht da sind, wenn die Münchner und die Neusser kommen. Versteht ihr, was ich meine? Die Gerania Cities, die weiß ich nicht, was die machen. Die, ja, also, direkt irgendwas gibt es aber noch nicht. Ich habe auch mal hier die Seite für London direkt aufgemacht. Das sieht man immer nur hier, Nachmittagsticket, Vormittagsticket, Park. Also, es ist wahrscheinlich wieder so, die einen sind im Park und die anderen sind draußen. Und dann wird gewechselt, dass die anderen wieder rausgehen und die anderen rein, damit es nicht zu viel gefüllt ist. Vergünstigter Preis. Hier ist 27 britische Pfund. 9 bis 13.30 Uhr, 9 bis 19 Uhr, Stadtprogramm, alles. Erweitertes Gameplay. Es gibt wieder Add-ons, Raid, Liebe, Schwärmer, Ei. Was ist das? Raid, Liebe. 18 kostenlose Raid-Pässe pro Tag für das Drehen der Fotoscheiben von der Arena. Das heißt, eigentlich sind 18 Euro schon alleine diese Raid-Pässe wert. 5000 zusätzliche EP für Raid-Kämpfe. 6 zusätzliche Bonbons für das Fangen von Pokémon der Stufe 5 Raids und Mega-Raids. 3 zusätzliche XL für das Fangen von Pokémon der Stufe 5 und Megas. Die Boni sind von Freitag, Viertag, August bis Sonntag, den 6. August in ganz London aktiv. So einen Raid-Ticket-Pass-Dings, wenn ich in London wäre, würde ich mir auf jeden Fall kaufen. Man weiß zwar noch nicht, was für Bosse dann da sind, aber gefühlt kaufst du dir das. Achso, das ist ja zusätzlich zum Preis. Zu dem normalen Preis, den du hast, musst du das Raid-Addon ja zusätzlich kaufen. Aber nehmen wir mal an, das sind 20 Euro und 18 Euro sind sowieso schon die Pässe. Dann hast du für 2 Euro also alles andere zusätzlich. Schwärme-Ei gibt es auch als Boni, also als Add-on, was du kaufen kannst. Eier schlüpfen 4 mal so schnell, höhere Chance auf 10 Kilometer Eier. Dreifacher Schlüpf-Staub, dreifacher Schlüpf-EP, dreifacher Schlüpf-Bonbons. Das ist bestimmt bei allen Orten gleich. Zusatzpass für stadtweites Gameplay. 22 GBP. T-Shirt-Vorbestellung. T-Shirt brauche ich nicht. Und hier, möchtet ihr den Go-Fest-Spielspaß auch an einem oder mehreren zusätzlichen Tagen im Stadtgebiet von London erleben, dann holt euch dieses optionale Add-on. Also es werden sicherlich überall noch Infos bekannt gegeben. Wenn ich auf Osaka gehe, sieht der Hintergrund ein bisschen anders aus. Aber dann habt ihr auch wieder diese Sachen, diese Preise da für Schwärmer, Raid, Zusatz, T-Shirt. Und natürlich auch New York hat dieselben Dinger im Angebot. 15 US-Dollar, 15 US-Dollar, 20 und 27. Ja, die ganze Zeit war es ruhig. Jetzt kommen erst die Infosatze zum Go-Fest und nicht zum Spielinhalt, aber erstmal zum. Die Tickets gibt es jetzt zumindest für das weltweite. Werdet ihr euch ein weltweites Go-Fest-Ticket leisten, gönnen? Ich werde jetzt direkt eins kaufen, wenn ich es hinkriege, weiß aber noch nicht, wo ich spiele und wie ich spiele und warum ich spiele. Wo werdet ihr das weltweite Go-Fest spielen? Seid ihr bei euch zufrieden? Habt ihr eine Community oder habt ihr vor, wegzufahren in eine größere Stadt, in eine andere Stadt oder jemanden zu besuchen, um zusammen mit demjenigen zu spielen? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.